In diesem Video gucken wir uns die drei besten Dampfgarer an. Alle Dampfgarer sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Finde in diesem Video heraus, welcher Dampfgarer der beste ist und worauf es ankommt. Und nun viel Spaß mit dem Video. Philips HD 914091 Der Philips Dampfgarer hat eine Leistung von 900 Watt. Der Wassertank fasst 1,1 Liter und ist mit drei Garbehältern sowie einem XL-Dampfaufsatz mit Kapazitäten von 2,5, 2,6 und 3,5 Litern ausgestattet. In dem Aufsatz lassen sich Suppen, Eintöpfe oder Reis zubereiten. Die Kochzeiten für einige Lebensmittel wie Fisch, Gemüse und Reis sind bereits voreingestellt. Eine digitale Zeitschaltuhr informiert per Signalton über das Ende der Garzeit. Es ist ohne weiteres möglich, in dem Dampfgarer Gemüse, Reis, Eier, Fleisch und Fisch zuzubereiten, ohne dass der Geschmack oder die Vitamine verloren gehen. Zum Lieferumfang gehört ein Aromaverstärker, in dem sich Kräuter oder Gewürze einfüllen lassen. Der Dampfgarer hat eine Wärmehaltefunktion und einen externen Wasserzulauf. Ein Signalton und eine Kontrollleuchte informieren, wenn Kochwasser nachgefüllt werden muss. Das Wasser lässt sich im laufenden Betrieb nachfüllen. Eine weitere Kontrolllampe leuchtet, wenn das Gerät entkalkt werden muss. WMF Küchenminis Dampfgarer Dieser Dampfgarer hat eine Grundfläche von 14 x 28 cm. Seine Höhe beträgt 27,5 cm und das Gerät aus der WMF Serie Küchenminis wird damit gut in kleineren Küchen passen. Der Dampfkocher hat eine Leistung von 900 Watt. Er ist mit einem Wassertank ausgestattet, der 1,1 Liter fasst. Wasser lässt sich im laufenden Betrieb über eine seitliche Öffnung nachfüllen. Der Dampfgarer hat zwei Garbehälter mit einem Fassungsvermögen von je 2,15 Litern. Die Bedienung des Dampfgarers erfolgt über ein LC-Display. Das Modell hat eine Memory-Funktion zur Speicherung individueller Garzeiten. Darüber hinaus bietet es voreingestellte Garprogramme für Reis, Pasta, Blatt- und Fruchtgemüse sowie Wurzelgemüse. Zum Lieferumfang gehört eine multifunktionale Dampfschale aus Chroma Garn, in der sich Reis, Nudeln, Suppen und andere Gerichte zubereiten lassen. Braun FS 5100 Der Dampfgarer ist mit zwei BPA-freien transparenten Dampfkörben ausgestattet. Er hat eine Zeitschaltuhr und eine Autostopp-Funktion. Sie soll verhindern, dass die Speisen verkochen. Der Dampfgarer hat eine Leistung von 850 Watt. Die Bedienung erfolgt über eine analoge Zeitschaltuhr an der Vorderseite. Sie ermöglicht die Einstellung einer Garzeit von bis zu 60 Minuten. Die zwei Dampfkörbe aus dem Vergleich haben eigene Wasserschalen, Tropfschalen, damit sich die Aromen verschiedener Speisen nicht vermischen. Für eine platzsparende Aufbewahrung sind die Körbe stapelbar. Sie haben ein Fassungsvermögen von jeweils 3,1 Litern. Zum Lieferumfang gehören ein Eieraufsatz und ein separater Reisdampfkorb mit einem Fassungsvermögen von 2 Litern. und zur mit einem Fassungsvermögen zucking. Bis zum crucified!